Bevor ich die Trägerelemente einsetze, muss ich diese noch ein wenig verändern. Wir haben hier zwei Toreinfahrten und wir möchten hier auch Gleise in die Halle legen und da würden diese Stempel, die hier stehen, natürlich genau mittig in den Toreinfahrten stehen und das funktioniert dann natürlich nicht. Ich werde jetzt diese störenden Stützen entfernen und die Querstrebe nach oben versetzen. Die herausgetrennte Strebe wird jetzt neu eingesetzt. Dafür mache ich an die Schnittstellen einen kleinen Tropfen Kleber, setze das hier zwischen. Zum Ausrichten dient mir hier auch wieder die Schneideunterlage und um dem Ganzen mehr Stabilität zu verleihen, werde ich das zweite herausgetrennte Teil hier drüber setzen, was der ganzen Sache dann mehr Halt verleiht. Nun setze ich die Trägerelemente ein und fixiere sie an der Innenseite mit ein wenig Klebstoff. Als nächstes werden wir uns mit den Dachteilen beschäftigen. Wir werden die Dächer jetzt fertig bauen und aneinandersetzen und später aufs Gebäude bringen. Zuallererst müssen wir aber diese Oberlichter vom Spritzling trennen. Wichtig dabei, verwenden Sie unbedingt ein scharfes Cuttermesser. Sie können das auch vorher mit einem ganz scharfen Seitenschneider erstmal vom Spritzling trennen. Das Material ist etwas spröde und es kann passieren, wenn Sie keine scharfen Werkzeuge verwenden, dass es dann zu unschönen Ausplatzern kommt am guten Teil. Bei zu unvorsichtigem Vorgehen oder stumpfen Werkzeugen bekommen diese Klarglasteile unschöne Abplatzer im Gegensatz zu den mit den guten Werkzeugen rausgetrennten Teilen. Die Dachteile werde ich jetzt verbinden. Dafür liegen diese Verbinderplatten dem Bausatz bei. Hier sind kleine Anlagepunkte und die Dachflächenverbinder werden draufseitens aufgebracht. Das ist der Spritzling, in dem die Dachrinnen enthalten sind. Die liegen hier sehr hohl, sodass ein Heraustrennen unfein und unsauberer Ergebnisse erzielen würde. Deswegen lieber umdrehen. Die liegen jetzt wesentlich fester und dann kann man die Dachrinnen vorsichtig mit einem Cuttermesser heraustrennen, immer Stück für Stück. Das erhält dadurch auch ein sehr sauber herausgetrenntes, filigranes Bauteil. Jetzt werde ich an die Traufe des zusammengesetzten Daches noch die Dachrinne anbringen. Diese liegt dem Bausatz bei, aber sie ist zu kurz. Wir müssen also aus zwei Rinnen nachher eine lange bauen. Das habe ich mal schon vorbereitet. Also hier wird bloß ein Stück der Endboden abgeschnitten und von der anderen Dachrinne dann das passende Ansatzstück gebaut. Um die Dachrinnen zu befestigen, wird an dem äußeren ganz kleinen Absatz, der hier ist, vorsichtig Kleber entlang geführt. Dieser etwas größere Absatz, den man hier sieht, der ist später für die Wandteile gedacht, damit die Wandteile dort eingreifen können. Die Dachrinne werden mit der breiten Seite aufgebracht, also die Seite, die am Gussrahmen dran war. So genau in die kleine Rille gelegt, ein bisschen angedrückt und dann sitzt sie schon perfekt. Um die Dachfläche komplett fertigzustellen, werden jetzt noch die transparenten Oberlichter eingesetzt. Das mache ich folgendermaßen. In jeder Ecke einen ganz kleinen Tropfen Klebstoff. Damit das jetzt nicht herausquillt beim Einsetzen der glasklaren Teile, lassen wir den Kleber ganz kleinen Moment anziehen. Der löst jetzt den Kunststoff an und nach einer kurzen Zeit des Anlösens werden die transparenten Teile eingesetzt. Ich werde das fertige Dach jetzt aufsetzen und als nächstes noch die Attica-Abdeckung aufbringen. Aus dem separat beiliegenden Spritzlink habe ich jetzt noch die vier Fallrohre abgetrennt. Damit das Regenwasser von unserem Modelleisenbahnengebäude gut ablaufen kann, werden wir das jetzt noch anbringen. Nun haben wir unser Haus fertiggestellt. Das ganze Haus ist nach unseren Vorstellungen aus den Baukastensystemteilen der Firma Auhagen entstanden. Verfeinern kann man es natürlich immer noch nach eigenen Wünschen, Außenwandlüfter anbringen oder Dachlüfter. Auch im Inneren können natürlich noch Verfeinerungen vorgenommen werden. Durch die großen Fenster kann man sehr gut einsehen. Hier könnte man zum Beispiel die Untersuchungsgruben einbauen oder einen Kran. Aber das ist vielleicht schon wieder ein Thema für den nächsten Beitrag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017